Für mehr Lebensqualität, Villa Gaza Eufel, Markter von Wohnregendom, mein Name ist Markus Gerber. Ruhige Wohnlagen zur Fussseite bereits in 15 Minuten beim Bahnhof und im Einkaufszentrum. Autobahn ist auch in 5 Minuten erreichbar, wo ihr sehr schnell nach Thun, Bern, Interlack oder ins Kandertal unterwegs seid. Vier Zimmer freistehen Seinfamilien aus, die zum grossen Teil von 2011 bis 2015 renoviert wurde. Ein neues Dach, Fenster, Koki, Bad, auch Wasser und elektrische Leitungen sind bereit zu erneuern. Wir reden vielleicht um Objekte oder Ausbaupotenzial oder zur Lage. Wir stehen euch sehr gerne zur Verfügung. Mein Name ist Markus Gerber. Wir sehen uns auf glaubt, wie es möglich ist und funktioniert unsere Besten zFürmester, der Fussseite auch in derrece Haus. Wir sehen uns auf die Habe. Wir sehen uns Pfeil, Christiane, und der Fussseite mit einem Schmerz gärgern. Wir sehen uns auf einem Bereich, wir sehen uns aufgrund der Fussseite. Das ist ein Bild, kann man aus der Fussseite es Ihnen großartig sein. Wir sehen uns auf jeden Falle die Beleidung. Es ist ein Bild von Neukiterung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.